ich kann den aufholen leider nicht anmachen ist auf aus gesperrt ist wirklich fünf runden? ich würde keine fünf runden machen wenn das so eine kackstrecke ist dann stehst du da ewig in drei tage weißt du? ja es ist drei reichen wie gesagt ich habe gestern mal eine liste mitgemacht die war so bescheiden ich bin nicht mal über die zweite kurve gekommen aber die hatten ja im sumo drin gehabt das war richtig herrlich so kobamau so gucken wir mal was es gibt scheiße ich kann das Auto nicht auswählen, ich war zu langsam, ich war unentflossen teilen Hilfe ist ein bisschen rutschig jetzt rutschig in der kurve wo ist natürlich auch noch zu den kurven wo ist es spät das wenn ich bin ich bin ich auch von hinten zu geschmacht wenn wir die ganze der scheiße da auch wenn dein vater zu sorgen weil er macht ja da habe ich das erneuert du hast du noch lange das hat das hat den tage da ich nicht mehr ausweichen konnte weil du mir direkt vor der gage rutscht ist das ist ja die strecke eigentlich kenne ich dass ich wüsste der bin gewinnt ja auch gerade ist bist du noch nie gefahren in f1 jetzt habe ich schon keine freundschaft angefasst habe das ist schon eine ganze weile her jetzt immer mit dir ich fahre ich fahre ich bin der liga ich bin raus komplett und dann gut aus jetzt kann sich jederzeit wieder ein bei dem Wetterverhältnis. Entschuldigung, Markus. Alles gut. Ich wusste nicht, ob der Rheinsticht ist, den habe ich vorher gebremst. Die hat Rheinsticht gesagt. Oh, ich habe es auch noch gekriegt. Ich bin aber auch mega weit rausgerutscht drin. Der einzige, der so ein bisschen voll kann, ist der Rheinsticht. Was hast du gesagt, Kevin? Der einzige, der so ein bisschen voll kann, ist der Rheinsticht. Wenn ich noch zumindest, wenn ich zurückgucke, noch sehe. Wir sind weit hinten abgeschlagen. Wie gesagt, das kann sich jetzt wieder drehen, wenn man da nur einen blöden Fehler macht, oder so sich dreht, oder eine Kurve wegrutscht, kann das Ganze wieder anders aussehen. Aber das ist das Problem, wenn das fehlende Aufholen dabei ist. Du hast dann fast keine Chance mehr, hinterher zu kommen. Aber das ist halt der Reiz mit dem Wetter. Du musst dich halt immer konzentrieren noch die ganze Zeit. Der Streck ist an sich nicht schlecht. Der Streck ist cool. Aber ist aber fünf Rennen, das da wirklich lang geht. Ich hab dich mal gewonnen. Na gut, wie gesagt, es hätte auch die absolute Scheisschrecke sein können. Das geht. Das ist für fünf Runden gewesen. Markus, was mach mal, okay? Henrikos, hast du doch ein Fehler drin gehabt, gerade? Nee. Okay. Weil du drei Mal fünf Sekunden verloren hast. Sorry, ich hab dich nicht kommen sehen. toll da verdiene ich sogar meine tausend ich habe auf marcus gewettet schon wieder ja da hat man doch wohl schon mal das vergnügen nein zu spät gebremst aber ich hab's genau in der kurve rausgeschmissen wo ich vorhanden vorbei bin genau diese scheißwand der erste dreher war ja eigentlich auch nur weil ich versucht habe kev nicht weg zu sind ja ich weiß das record glaube ich zwei oder drei mal von sich mit absicht nein alles gut ich sage ja nicht auch gute strecke konnte ich über laute gemacht hätte da hätte man doch gerne die fünf runden fahrt schon tatsächlich ich wollte halt ich wollte kev nicht weg haben und dann bin ich halt in einem dieser kreise da hängen geblieben und sind kreisdinger niederstand ja